Wir beginnen die heutigen Blu-Ray-Vorbesteller-Tipps der aktuellen Kalenderwoche bei Prezmedia und ein paar Hardboxen und zwar von Kickboxer. Die Vergeltung und die Abrechnung erscheint von HCE. Hier eine Hardbox limitiert auf 50 Exemplare und zwar ab heute den 14.06.2021 bei Prezmedia noch verfügbar, wie wir sehen können. Außerdem haben wir dann noch eine zweite Cover-Variante, wie wir hier sehen können, nämlich Cover Nr. B. Auch das limitiert auf 50 Exemplare und ab heute den 14.06.2021 verfügbar. Dann haben wir noch The Void, große Hardbox-Cover Nr. C. Die war ziemlich schnell ausverkauft. Der Film ist ja sehr beliebt. Auch die ganzen verschiedenen Cover-Varianten. Ich wollte es dir nun mal der Vollständigkeit halber nochmal zeigen. Auch das limitiert auf 50 Exemplare und ab heute den 14.06.2021 verfügbar. Genauso verhält es sich mit Relic Hunter. Die komplette Serie haben wir ja bereits schon mehrfach vorgestellt auf meinem Kanal bei den Blu-Ray-Vorbesteller-Tipps. Hier hätten wir 79,99 und ab heute Montag 14.06.2021 verfügbar. Was ich noch sagen wollte, weil mir das am Anfang nicht aufgefallen ist, aber ich wurde von euch freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der Film oder die Serie besser gesagt hier nur in 720p vorliegt. Also nicht Full HD. Ist ein bisschen schade, aber ich meine schon, unsere Tier-Karriere ist scharf genug. Da wird das Ganze schon passen. Wahrscheinlich war es ja auch den Herstellern hier zu scharf. Man weiß es nicht genau. Also gut, dann machen wir weiter mit Cape Light Pictures. Und zwar der Herr der Fliegen erscheint im 3D-Sk Limited Media Book und zwar Ende der Woche ab 18. Juni. Wir klicken hier nochmal kurz drauf und sehen, dass beide Verfilmungen von 1990 und 1963 hier mit am Start sind. Tolle Geschichte. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich empfehle immer, wann es sowas gibt, dann den Cape Light Shop zu unterstützen. Und außerdem könnt ihr hier auch noch sparen, 10% und Bonuspunkte sammeln. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wer sich da nicht extra anmelden möchte, der kann sich das Ganze auch bei Amazon bestellen. Da ist es ebenfalls für 24,99 Euro ab den 18. Juni verfügbar. Wir machen weiter mit Basic Instinct. Ab 17. Juni hier verfügbar. 32,99 Euro 4K Ultra HD Steelbook. Der Preis wurde ja immer mehr gesenkt. Da haben wir absolut nichts dagegen. Bin mal gespannt, wie der Film in 4K rüberkommt. Wer auf das Steelbook verzichten kann, der kann sich noch diese Edition ins Haus holen. Und zwar für 13,99 Euro. Das müsste dann digital remastered sein und auch besser vom Bild. Jo, machen wir weiter mit Godzilla Zerstörer der Welt. Collectors Edition 2076 werden hier fällig. Ab den 17. Juni. Die hat man auch schon mehrfach in den Vorbesteller Tipps. Deswegen können wir da auch ein bisschen schneller drüber gehen. American Pie präsentiert das Buch der liebe BRD. Bundesrepublik Deutschland passt ja gerade zur Europameisterschaft. Das ist Teil einer Collectors Edition gewesen, die ich euch schon mal präsentiert habe von Just Bridge. Jetzt kommen die Teile noch mal einzeln raus. Für alle, die eben sich nicht hier dieses Gesamtpaket holen möchten. Wer mehr über den Film erfahren möchte und was sonst noch alles dazu gehört, der guckt mal in die Videobeschreibung. Dort werde ich euch mein Präsentationsvideo noch mal verlinken. Wir machen weiter mit Skylines 3. Das ist der dritte Teil einer Science-Fiction-Reihe, die ich bisher noch nicht weiter groß verfolgt habe. Wenn das jemand von euch hat, kann er das gerne mir und der Community unten in die Kommentare schreiben. Wir haben hier als Inhaltsangabe dann dran stehen, dass irgendwelche Alienwesen, die den Menschen eigentlich freundlich gesinnt sind, plötzlich verrückt spielen. Und so reisen die Leute dann auf diesen Alienplaneten, um die Ursache dazu zu erforschen und das Ganze natürlich wieder umzubiegen. So zumindest in der Inhaltsangabe. Aber wie gesagt, ich kenne die Reihe leider nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Für Störne bei 71 Bewertungen sind jetzt nicht schlecht, meiner Meinung nach. Wir machen weiter mit Alien Outbreak. Das schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe rein. Hier habe ich mir bereits den Trailer angesehen. Wird herausgebracht von UCM1. Und hier werden wir schon auf den nächsten Film angeteasert. Widmen uns aber noch mal ganz schnell Alien Outbreak. Das ist eine britische Produktion, Independent-Produktion. Und da geht es auch um einen Alien-Befall sozusagen. Und ist ein bisschen günstiger. Produziert allerdings nicht so trashig, wie das Ganze hier aussieht auf diesem Vorschau-Bild. Aber der Trailer hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Die Effekte waren okay. Also wenn ihr da bewegtes Bild sehen möchtet, wie gesagt, mit ein paar Alien-Invasions wieder. Und zwei Polizisten, die sich dann gegen die, ja, in dem Polizeirevier verschanzen und versuchen durchzukämpfen. Wer da Bock drauf hat, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, da ist der Trailer. Dann erfahrt ihr da auch noch ein bisschen mehr dazu. Außerdem haben wir noch One Last Call. Den habe ich euch ja bereits in den Vorbesteller-Tipps zuletzt vorgestellt. Da geht es um ein älteres Ehepärchen, das von ein paar Jugendlichen immer geärgert wird. Dann stirbt die Frau. Aber die erwähnt diese Jugendlichen im Testament. Sie können Kohle abstauben, wenn sie denn hier eine Minute am Telefon durchhalten. Und dann stellt sich raus, dass das Ganze eigentlich nur ein mieser oder fieser Racheakt ist. Hier vom Mann und seiner Frau ausgetüftelt. Unter anderem mit Tobin Bell, bekannt als, ja, Jigsaw aus den Sawfilmen. Dann haben wir noch Anonymous Animals. Das ist noch rausbekommen. Uncut Kino-Fassung. Hier geht es darum, dass die Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren getauscht werden. Und wann immer beide aufeinandertreffen, geht es dann den Menschen an. Den Kragen soll ein bisschen zum Denken anregen, welchen Stellenwert die Tiere bei uns in der Gesellschaft haben. Auch hier habe ich mir den Trailer dazu angesehen und werde euch den ebenfalls verlinken. Da muss ich allerdings sagen, das war so eher weniger mein Geschmack. Aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Und von daher werft ruhig mal einen Blick drauf. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Scare Package. Das sind so sieben Kurz-Horror-Geschichten zusammengepackt hier in einem Film, Kurzgeschichten-Film sozusagen. Mir hat das Cover hier super gefallen. Retro angehaucht, gefällt mir gut. Erinnert mich so ein bisschen an House, wisst ihr noch? Aus den 80er Jahren hier auch mit den Handschuh dann drauf und so ein bisschen so Giallo-Elemente. Schaut recht cool aus und so Kurzgeschichten-Filme gehen doch immer eigentlich etwas für den Horror-Oktober. Aber gut, man braucht ja auch noch ein bisschen Stoff bis zum Horror-Oktober. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Und ja, macht es gut meine Freunde. Ciao. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Movie Lou, Jackie Strange, Juggle09, der Filmflow, Stanlis Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser und Movie Riese.